In der geschäftigen Szene des europäischen Fußballs taucht am Niederrhein ein weiteres Gerücht auf, diesmal um das Nachwuchstalent Rocco Reitz, 22, von Borussia Mönchengladbach. Nachdem Reitz in der letzten Saison ein Schlüsselspieler der Mannschaft war, würde er nun das Interesse ausländischer Vereine auf sich ziehen. Nach Informationen des italienischen Portals Il Messaggero vom Donnerstag, 22. August steht Lazio Rom, einer der Traditionsvereine Italiens, mit dem Spieler auf der Liste möglicher Neuverpflichtungen. Diese Spekulation scheint nicht unbegründet zu sein. Lazio Rom, das letzte Saison in der Champions League spielte und im Achtelfinale gegen Bayern München ausschied, ist auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld, nachdem es im Europapokalsommer wichtige Spieler verloren hat. Unter den Abgängen sticht Stürmer Ciro Immobile hervor, der zu Bejiktas wechselte, und im Mittelfeld gab es den Abgang von Daichi Kamada zu Crystal Palace, dem spanischen Star Luis Alberto aus Katar zu Alduhal SC und Felipe Andersson, der dorthin zurückkehrte Palmeiras, in Brasilien. Bisher hat der italienische Klub nur einen relevanten Neuzugang getätigt, Matteo Gentuzzi, ex Hertha, der für 13 Millionen Euro von Olympique Marseille kam. Aufgrund dieser Lücke im Mittelfeld ist Lazio auf der Suche nach einem jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial, und Reitz scheint in dieses Profil zu passen. Allerdings gibt es Grund zu der Annahme, dass ein Wechsel von Reitz zu Lazio Rom nicht so einfach sein wird. Der junge Mittelfeldspieler hat sich in der vergangenen Saison seinen Platz bei Borussia Mönchengladbach verdient und wurde trotz großer interner Konkurrenz zu einem starken Kandidaten für einen Platz in der Startelf. In der Saisonvorbereitung stach Reitz hervor und zeigte, dass er bereit für die Herausforderung war. Darauf bin ich absolut vorbereitet, sagte der Spieler. Darüber hinaus gilt Reitz als Identifikationsfigur von Borussia Mönchengladbach. Er war Teil der Akademie des Vereins und kehrte nach zwei erfolgreichen Laien in Belgien in die erste Mannschaft zurück und eroberte die Herzen der Fans. Ein möglicher Verkauf des Spielers könnte für die Fans, die Reitz als Symbol für die Entwicklungsarbeit des Vereins sehen, schwer zu akzeptieren sein. Angesichts all dessen haben die Gerüchte, die Reitz mit Lazio Rom in Verbindung bringen, möglicherweise keine große Grundlage. Natürlich ist in der Welt des Fußballs nichts unmöglich, aber die Mehrheit der Fans von Borussia Mönchengladbach hofft, dass der junge Mann weiterhin das schwarz-weiße Gewand mit der Raute auf der Brust tragen wird. Sollte Rocco Reitz ihrer Meinung nach bei Borussia Mönchengladbach bleiben oder halten sie es für eine gute Gelegenheit für ihn, bei Lazio Rom zu spielen?